Köttl Oioioi Der Ball drin, aber das was uns eigentlich viel mehr interessiert ist wer es dann mit dem rechten Fuss von Dimitri Köttl steht Das ist an einem Gegenspiel auf dem Fuss gelandet dieser Therapeute Damiano Belvedere ist sofort zur Stelle Und zumindest steht er wieder und humpelt von selbst raus Und wir schauen noch einmal hin, vielleicht auch gleich wieder weg Ja genau Gruselig war Die Lieben Bänder Das ist gut, dass wir in den ersten 30 Minuten und da sehen wir den Fuss von Dimitri Köttl Wahrscheinlich Das ist wunderschön zu hören Freue mich darauf Dimitri Köttl wünschen wir an dieser Stelle Eine beste Genesumbesserung Da mit seinem rechten Knöchel Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist Weil sein Team spielt ja Dann kommenden Samstag Der